Lava Kolonisierung Lava Terraforming Hier stecke ich gleich noch ein bisschen was rein und dann mache ich hier mal weiter Sehr schön, sehr schön Ah, sehr schön Und der ist aufgestiegen, dann kümmern wir uns da doch glatt mal drum Alter Schwede, was es hier alles gibt Alter, was der hier alles hat Das bringt voll die fetten Boni Na ja, ist mal das, grünen Daumen hier oder was Okay, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das zu weit entfernt ist So Forschung abgeschlossen Wird geil, wie die mir noch was dazugeben Alter Schwede Da will ich hin Zu dem System Ups, bisschen zu weit So Scheiße Jawohl Und schon haben wir die erste Kriegserklärung Der führt mit uns beiden Krieg, sind die dumm? Naja Ich probiere jetzt einfach mal Ob ich da jetzt hinkomme Immer noch zu weit entfernt, klasse Drei Zügel Das ist doch schön Ah, verdammt Jetzt habe ich wieder vergessen, da mir alles anzugucken So ein Scheiß Alter Schwede, die sind aber Na ja, okay Die hatten wohl auch ihre Ruhe Einfach nur Da gleich vier Planeten hier Joa Alter Schwede Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle Ist an sich nur So, baue ich mir da einfach mal eine Handvoll von Zu hast verändert Ja ja, abwarten Ich baue jetzt einfach hier ein bisschen Hier ein paar Schiffe Und dann Schaue ich mal Ob überhaupt so Mit so ein paar Schiffen das Ausreicht so ein Angriff Oder ob man da schon richtig Was reinklotzen muss So, die Forschung ist mal wieder abgeschlossen Was haben wir da? Was machen wir da überhaupt gar nichts? Ah, benötigt Titanium Alles klar Ich habe fünf Hyperium Einmal Antimaterie Ach, so ist das Ja, ich dachte eigentlich, dass da Ja, super Ich dachte eigentlich, dass da mein Dingsschiff Mit angreift Aber das ist ja leider Gerade im Hangar noch Wie mir gerade aufgefallen ist Wenn ich das Oh Gott. 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 Ähm, ja, scheiße Fuck Ach komm, zweimal Angriff und das war's, man Oder gar nix, aber das ist derbegeil gemacht Muss man sagen Ich dachte, ah, da Was ist das? Klar, wird gleich danach gemacht Ähm Ja, ja, schon klar Ähm Wo ist jetzt Verdammt, wie war das Abda? Ja, ich möchte das manuell machen So, erstmal Sabotage Dann einmal angreifen Und dann einfach nochmal angreifen Und dann gut ist Und dann gut ist Und dann gut ist Und dann gut ist Das war's schon. Ach du Scheiße. Aber das bockt richtig. Ist voll gut gemacht. Damit hätte ich, muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Zack. Und Reparaturen. Du hast den nötigen Raum sicher. Okay. Okay. Komm mal fertig, kann jetzt da hin. So, und da will ich jetzt hin. Dafür brauche ich mir jetzt gleich auch einen Zeuge erstmal. Warte mal, ist da jetzt etwa... Oh, meine Fresse nochmal. So. Erledigt. Zug beenden, Heldes aufgestiegen. Da. Frontkämpfer. Zack, Federeran 2. Mal sehen, was der da noch so freischaltet. Und Deltaflot verteidigt, dass der mal Ressource entdeckt. Merkurit. Gehrenstein. Alles klar, ich hab keine Ahnung, was das ist. Jawohl, plus 20%. Nein, verdammt. Ich hab schon wieder nichts geforscht. So. So. Dis cookies. Schönenplatte. Ich habール Aveda.